Egal, ich glaub noch mal in die falsche Richtung. Hallo? Spinnen? Also ganz oben im Norden sind doch hier mal ne ganze Menge. Brüder? Schwestern? Das ist denn ne böse Blume. Ja, wenn die Sammel sind, kriegst du halt Minus. Im Kopf. Ah ja. Mäßig. Nein. Stimmt. Oh ja. Die versätigt sind. Ah hier. Ah. Hallo. Werd' zu Hause. Klopf, klopf. Blinden. Hm. Schön, dass die hier auch genau zwischen dem oben so ein Schweinestall rum oben sind. Ah. Weee, weee, weee. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Oh ja, ist das kalt. Shit, 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 shit. Und ich hab keinen Wärmstein dabei. Nein. Oh Gott. Lauf. Will ich jetzt leben? Ich wege. Äh, gleich, glaub ich. Ja. Noch nicht ganz, aber... So langsam. Aber fuck, die sind nur so weit weg. Was brauchen wir noch für noch einen Wärmstein, weil Tommi hat ja auch noch keinen. Hier, die Fackel. Oh, was ist das hier? Das ist ein Marmorzeug. Marmorschrott-Haufen. Ja, das ist halt das mal, was ich immer geklärt habe mit diesen, äh, das kannst du diese Teile, die man irgendwo mal findet, kannst du da draufstecken und wenn du das alles vervollständigt hast, dann öffnet sich irgendein Portal. Boah. Boah. Ja. Guck mal, den Wind überleben. Bin ich mal gespannt. Äh. Wo bin ich? Ich hab mich verlaufen. So. Oh. Das sind hier so ein Wärmestein. Ja. Du brauchst da zu bleiben, glaub ich. Überleben ist das Ding wieder. Glaub ich. Oder? Strukturen? Ah. So. Beredlung? Nein. Ach ja, ne. Wärmestein. Ich brauche zehn Steine noch. Äh, hab ich keine Steine, hab ich gerade gar keinen. Mit nur drei. Nur Feuersteine. Den Gülle-Eimer konnte ich auch nicht erstellen, weil wir haben keine Knochen-Schaben. Wir haben nur Hunde-Zähne. Ach so. Ach so, oder? Ja, okay. Ja, ne, die kriegst du von diesen Skeletten, wenn du die mit dem Hammer zu haust. Also entweder, wenn wir sterben und ein Skelett hinterlassen, oder... Es ist auch wo eins rumliegt. Nein. Guck mich nicht so an. Aber du hast deine Achse im Rücken. Sargen, komm schon. Warum haben wir hier keinen Honig produziert mit den Bienen hier? Scheiß. Arbeit gemacht hier. Wegen, äh, fleißiges Bienchen. Nicht mal. Mal diese Gerüchte. Ja, das ist ja nicht so ein Bienchen gedacht. Shit, ey. Ah, okay. Hä, das hatte ich nicht gerade. Kochen. Geh mal schnell ein kaltes Betränk holen. Mach das. Geh dir mal ein kaltes Betränk holen. Bring mir eins mit. Ah, das ist komisch ein Marmor-Büsche hier. Marmor, auch was ist ein Busch? Ist das jetzt fertig? Was glaubst du? Weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall schon zweimal gewachsen. Ja, ne? Aber noch kann ich's nur untersuchen. Also, ich weiß nicht. Ja, kann man wie mal in dem Massport noch mit dem Hammer ab, oder nicht? Äh, ja. Weiß nicht. Hoffe ich. Vielleicht. Wo ist denn jetzt? Da ist ja Fleisch bei dir. Ne, stimmt. Ich kann's auch nur untersuchen. Drei Dachs? Ne. Tatsache, ne. Ich glaub das ist noch nicht fertig. Hast du washed. Ja, dunkel. Schön, dunkel. Der Winter. Darum. Hat jetzt angefangen. Die Dach. Aber meine Brüder und Schwestern waren auch alle, äh, denen war kalt. Die waren alle zuhause. Hast du keinen, hast du keinen Dings gekriegt? Ne. Keinen getroffen. Damnit. So, so. Wie viel Seide haben wir jetzt noch? Zweimal. Weiß nicht, wie lange das wir verbraucht haben. Ich glaube zweimal, ne? Äh, ja. Ende. Ende. Weg. Was bringt mir das Amulett des Lebens? Ähm, das ist ganz gut, wenn du stirbst. Ich glaub, wenn du dich da rein, als Geist rein... Weiß nicht, wie macht du das, was man sagt, rein gehst, sozusagen. Und wirst du, glaub ich, wiederbelebt. Okay. Aber dann setz ich quasi meinen Rucksack ab, ne? Ja, aber du sollst, brauchst es nicht, brauchst es nicht. Äh, das reicht, wenn du das, wenn Ela das dann irgendwo hinlegt. Auf dem Boden, glaub ich. Ja. Das müsste Leute reichen. Ich glaub zumindest, das ging mal so. Ich hab nicht übelst du mal dort davon noch eins. Das dritte jetzt. So, das brauchen wir also Steine, warum Fetomi links zu machen? Steine, Steine. Also Steine sind, wie gesagt, oben. Links in der Ecke sind Steine hier oben. Ja? Also über den, äh... Äh, Gnu-Dingern hier? Ja, genau, und dann links und, da links... Davon noch links und dann nur zweimal durch so'n Wald durch. Und dann bist du bei so, nochmal bei so... Ja, so Steinzeug. Dann einmal rechts, einmal links. Einmal links. Einmal links. Einmal links. Einmal links. Dann kommst du wieder zu nem Wald und dann nach oben. Okay. Oder folg mir einfach. Genau. Links, rechts, um... 3, 4, 6... Siehste schon. Siehste schon. Siehste schon. Kannst du sehen. Das ist ja. Siehste schon. Siehste schon. Äh... Ich muss erst mal ein bisschen Holz hacken, so. Ah, nicht für den Schluck. Was ist denn hier los? Genau, wir brauchen wir auf überholz. Geh, geh mal. Was ist denn jetzt eigentlich... Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Moment, genau. Das ist mehr. Und schon wieder weg. Da geht er doch. Er will halt nicht. Da ist er wieder weg. Er kann uns nicht leiden. Nee. Das ist alles. Ich merk schon. Hört ihr mich noch? Ja. Ja, wir hören dich noch. Weiß auch nicht, was hier heute los ist. Heute? Du hast halt ne Holzleitung. Das war ja gestern auch schon so. Ja, ich... Ja, ich glaube, ich hab ja diese... Hab's ja erzählt, ne? Diese... WLAN-Steckdrufen-Winger. Und ich hab ja vorhin nachgelesen. Bei mir hängen die im Moment in einer Verteilerdose. Und man soll die wohl direkt in die Wand-Steckdose stecken. Problem ist nur, ich hab hier an meinem PC nur eine Wand-Steckdose quasi. Und dementsprechend, wenn ich die da rein stecke, ist auch egal, weil dann hat mein Rechner keinen Strom mehr. Ja, macht schon Sinn. Ich muss mal morgen hier mein Arbeits- und Gästezimmer umräumen und dann mal ne freie Steckdose hinterm Gästebett suchen. So, jetzt bin ich bis zum Wald und dann nach oben, ja. Ich hoffe, du bist beim richtigen Wald, ja. Ich bin nach links bis zum Wald und dann nach oben. Ja, ja. Das klingt gut, ja. Hier war grad ein Geist. Wo war hier ein Geist? Also so ein bisschen leicht nach links oben. Ja, ja. Ah, Pinguine! Hier war grad ein Geist, glaub ich. Mein Gott. Du kannst doch so lustig durch die Welt schieben. Mhm. Jetzt, fäll doch mal den Baum. Was macht er denn? Warum fällst du denn den Baum nicht? Was ist hier los? Meine Spinne boykottiert. Gemoltert. So, schon mal 14 Steine wieder. Oh, ich hab Mond-Steine abgeholt. Welche Zähler-Moon? Ja. Du hast es geschafft, du bist, jetzt bist du Sailor Moon. Oh, darf ich erst einen kurzen Rock tragen? Ja, sowieso. Ich dachte, du trägst es schon längst. Das hatte ich auch gedacht. Mond-Steine, Flieg und Sieg! Oh. Ich glaub, ich bin schon wieder auf den Server geflogen. Nein. Du bist ja nicht. Du bist ja nicht. Also, irgendwie ist hier heute echt die Volksleitung. Also, bei mir steht das noch nix da. Nö, auch noch nicht. Ich hab schon mal den LED-Bildschirm. Ich hab jetzt mal hier die Eisenbunker-Tür wieder aufgemacht. Vielleicht ist dann besser. Äh, ne, ich bin aber auch... Ach doch. Ja, das wär langweilig, wenn man einfach am Stück spielt. Ja, jeder. Richtig. Also, diese Hitzesteine sind echt nervig. Ja, sammelt doch euer Eier ein. Ich will die doch gar nicht haben, Mann. Leute. Wo ist denn meine Frau? Ah. Ah. Oh, oh. Schon wieder kalt. Ja, ja auch. Ich bin auch nicht am Feuer. Oha. Ich bin ganz schön weit weg, wa? Oh ja. Komm zurück! Gleich, hier liegen so viele Steine. Aber du erfrierst, Junge. Ach, Quatsch. Junge, du erfrierst! Junge! Ach Quatsch, oh, bin tot. Ich bin ja froh. Ich schubst einfach noch ein bisschen in der Pinguin-Kolonie rum, dann glaub ich mich schon auch. Rumschubsen macht warm. Wie war das noch bei PUBG? Nicht, dass er trinkt, ist auch wieder trunken. Ich hab hier nochmal dreimal Fleisch reingepackt. Oh. Ich glaub mir wird's kalt. Ich glaub die Hunde kommen schon wieder, so ne Scheiße. Echt? Ich hab noch nicht gehört. Ja, so leicht dezent. Der Winter ist hart, aber ich muss wieder, ich hab, irgendwie ist meine Kopfkraft schon wieder am Ende. Aber ich mein, das ist voll. Ob der die Blumen nicht flippen. Almost too hard. Okay. Oh. Na, Blumen? Hat mir vorhin nicht mehr Blumen hier als nur fünf? Ich weiß es nicht. Nee, glaub nicht. Ich glaub ich hab erst nur fünf gepflanzt. Bin mir auch gespannt, ob die da bleiben. Ach. Ob die nach dem Winter nicht weg sind. Ja, deswegen hab ich grad überlegt, ob die vielleicht auch einfach, ähm... Abnutzen. Ich weiß es nicht. So, was wollte ich jetzt gerade? Wollte ich gerade noch. Ne, wir haben vergessen. Und Stein? Hatte ich mich hier auch seit Peter eingesammelt? Ja, da. Ob wir haben hier fertig? Hat die man zufällig so ein Schlamm-Biom schon entdeckt? Mh, nein. Glaube nicht, oder? Gibt's doch so vieles mit so Kröten, oder? Nee, nee, so ein, so ein, so ein, so ein ganz dunkles. So ein, so ein ganz, so ein, 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 so ein so ein, 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 so ein ganz komisches Schlamm halt. Aber das müsste man auch, das müsste... Ich geh mal da nach unten. Kragenhemd. Wie, wie Fangopackung. Da, genau, da wurde immer diese Tentakel rauskommen, da kriegt man die Papyrus her, das braucht man nämlich, um diesen blöden Vogelkäppel zu machen. Glaub ich. Achso, was essen wollte ich, das war's. So, wärmestein. Was mach ich damit jetzt? Einfach behalten. Einfach natürlich behalten. Genau. Und immer, immer, immer am besten geladen haben, damit der sich nicht abnutzt. Also bei 100? Ne, ähm, der muss orange sein. Orange ist halt voll, und wenn der halt dann wieder auch weiß ist, dann benutzt er sich irgendwie immer ab. Also das ist immer ganz komisch. Ich brauch noch, ich brauch noch irgendwas, wir müssen noch irgendwas mit Kack einschmieren, ich hab nur noch Guano anzubieten. Ich will noch's weg. Na, ich wollte ja eigentlich nen Eimer bauen, aber... Da fehlte mir auch wieder irgendwas zu. Aber der verschwindet, ne, wenn du den Eimer benutzt hast. Also du kannst den, glaub ich, den 10 mal benutzen, oder wie war das denn? Ja, genau, du kannst ihn noch 10 mal zum düngen benutzen. Und dann ist aber auch weg. Ja, irgendwie so, ja genau, dann musst du wieder neu bauen. Naja, aber dazu fehlte ja eh die Knochenscherben an, naja. Egal. So, ich geh morgen mal nach unten und such mal, guck mal, ob ich irgendwo was Pyros finde. Kümmern wir uns mal ein Vogelkäfig. Nee, noch so alles machen, morgen stark so Waffen. Jetzt hab ich Tobi meine Schinkenkeule. Was ist das hier? Morgenstern. Guck mal, blitzendes Ziegenhorn, wo krieg ich denn ein blitzendes Ziegenhorn her? Wahrscheinlich von einer blitzenden Ziegen. Ja, wo krieg ich denn eine blitzende Ziegen her? Oh, ja, wahnsinnig. Komische Glasfrohrung, Feuerpfeile, Bumerang, eine Bienenbiene. Ach, der Wetter starb. Doch. Wann wird's dann mal wieder? Wann wird's dann mal wieder richtig Sommer? Ja. Ja. Erstmal muss es Winter werden, richtig. Ja. Weil der nicht mehr schneit. Scheiße. Ich denke, es könnte draußen langsamer Winter werden. Ach, nö. War doch heute, heute war es so angenehm. Heute war geil, ja. Wir waren ja noch was essen und saßen erst draußen und dann mussten wir reingehen, weil man sich so an die Hitze der letzten Tage gewöhnt hat, dass es echt kalt draußen war. Gefühlt. Es waren wahrscheinlich immer noch 25 Grad. Ja. Mit Sicherheit. So. Also hier war schon den verdammten Vogelkäfig schon wieder verloren. Ich weiß schon wieder nicht, wo der ist. Oh, ich krieg' den Kopfkraft. Kopfkraft. Kann man denn noch für Kopfkraft machen? Ich muss zu meinen Spinnen-Brüdern. Ja, ist eine gute Frage. Was kann man noch für Kopfkraft machen? Schreibt's doch mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was für die Kopfkraft alles machen kann. Ich glaube schlafen. Ich weiß nicht, ob schlafen da hilft. Also diese komischen, dieses Schlafdinger bauen und dann ein und dann hinpacken. Ist möglich. Oh, hier gibt's immer ganz viele Pinguine-Eier. Kann man die klauen? Hier gibt's auch ganz viel Mondstein. Ah, kann man nicht. Verstehe. Kann's gar probieren. Jetzt schneid's. Jo. So, auf geht's. Ach nee, das ist Eis. Ist ja auch geil. Ich hab Eis abgebaut. Will jemand ein Eis? Ja, du kannst es essen irgendwie, ja. Hat jemand Gin dabei? On the rocks bitte. Ich hab Eis. Wer hat Gin? Ah, geh weg, du Nashornling. Ah, lass mich in Ruhe. Ich will deine Liebe nicht. Ich will deine Nashornliebe nicht. Nasshornliebe, tralalalala. Ah, jetzt kommt der Schnee, jetzt kommt der Schnee. Hey, Spinnenbruder, was ist denn los hier? Einer zu Hause? Lass mich rein. Wie weit kommst du nicht hier mit dem Stein? Nö, du musst zum Schluss nochmal ein Feuer machen. Mh. Würde ich auch gerade, hab ich nur nochmal ein Feuerchen machen kurz. Ach, hier sind ja auch echte Schweine. Ah, Hilfe. Ist ja gut. Nimm Rose. Ist ja gut, komm. Ist ja gut, komm. Ein, 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 ein Rosentisch. Da steht ein Tisch mit einer Rose. Und dann ist das hier auch gut. Im Rose. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass ich das hieren hab. Und dann ist das hier ja gut. Und dann ist das hier. Das ist ja gut. Dann ist das hier. Ich hatte das hier.